Musik 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 Am Ende des Aufenthalts haben wir eine Djembe-Trommelgruppe getroffen. Also Djembe, das ist die afrikanische Trommel. Und es war nicht nur die Djembe, sondern es war auch noch eine Tanzgruppe dabei. Und es waren dann auch noch ein paar Rhythmusspieler dabei. Und im Grunde hatte ich den Eindruck, es war so eine Mischung aus Dorftheater und Musik, Tanz, Unterhaltung. Und es gab verschiedene Stücke, die da auch aufgeführt wurden. Besonders zum Thema, dass Schimpansenfleisch nicht gegessen werden soll. Über die Kultur von Menschen. Wie die Kultur entstanden ist. Was die Bedeutung des Waldes für die Menschen ist und und. Das waren so eine Art Aufklärungsstücke. Und die Djembe war eine Begleitung. Und die Tänze waren auch eine Art Untermalung. Und dann hatte ich eben auch mal mitgemacht, auch getrommelt. Und da wurde auch das Ganze so weiter geöffnet. Da haben dann alle plötzlich getanzte, sich frei bewegt zum Trommeln. Das war dann auch so was ganz Neues. Ja wirklich so eine Art Event. Das war dann auch so ein Film. Da muss ich es jetzt noch nach wie die Welt kommen. Also wie das so weitergeht. Das war dann auch so auch mehr. Das war dann auch noch so. Das war dann auch das, was wir machen. Das war dann auch das, was wir machen. Und das war dann auch noch mal. Die Welt. Vielen Dank.